hi leute des sahnu hier ubisoft massive third person star wars games star wars outlaws das steht so gut wie in den startlöchern wie es ausschaut und zwar gibt es so ein paar sachen die die letzten wochen aufgekommen sind in bezug auf ratings in speziellen ländern die darauf hindeuten lassen dass das game in den nächsten nächsten monaten erscheinen könnte mich guter indikator dafür dadurch dass massive das avatar projekt hinter sich gelassen hat beziehungsweise fertiggestellt hatte im dezember november dezember kam es heraus und dadurch die meisten leute rüber sind zu star wars outlaws und division 3 angekündigt wurde ist das ganze hier für mich persönlich was besonders ich liebe das zwischen franchise das absolut mein mein go to und ich liebe star wars unverkennbar und stars outlaws sieht richtig richtig nice aus ich hoffe sie können da die qualität hoch halten wobei ich mir bei so ein paar sachen eigentlich fast sicher sind dass sie das richtig gut hinkriegen wie es so person gang und gameplay und die welt an sich dass das hat massive drauf den rest wenn wir sehen auf jeden fall gab es hier passt auf gehen wir rüber im märz 22 gab es in südkorea rating bezug auf star wars outlaws und gewissen mini spielen wer es kennt hier tabak für alle die in das taus materie richtig drin sind die wenn es wissen kartenspiel und das ganze weg klicken und das ganze war teil dieses ratings in südkorea wie gesagt am 26 märz dann hatten wir hier am 26 märz klappt vier tage später ein rating in australien auch krass so schnell hintereinander und danach hatten wir jetzt das allerneueste das ist von vom dritten april wurde es in brasilien gerated wo in der regel sagt man wirklich wenn wenn games gerated werden bzw auch in mehreren ländern das ist dann auch relativ wirklich in anführungszeichen erscheint ich persönlich gehe davon aus und da kommen wir direkt zum nächsten was ich sehr cool finde stars outlaws offizieller twitter account der hat rausgehauen dass der erste story trailer also der richtige story trailer für star wars outlaws dienstag den 9 april rauskommt ich gehe fest davon aus dass wir in diesem trailer auch das release datum bekommen werden wir vor knappen monat vor made for us also der vierte mai könnte natürlich sein dass es wirklich im sommer weit ist ich persönlich gehe von frühem herbst aus für endsommer wird sommer anfang herbst und ja schauen wir mal wie gesagt am dienstag den 9 april um 18 uhr unserer zeit wird es den trailer geben wir werden auf jeden fall hier auch ein bisschen auseinander nehmen und schauen ob wir da ein bisschen was neues zu sehen sein wird und in viel fall gespannt was ihr davon haltet ich bin raus bis zum nächsten mal macht's gut bei bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal